Die Servitoren müssen halt sofort weg, ja? Das ist halt A und O, damit wir die Terminals gescheit benutzen können. Ja. Gut, let's go. Freunde des Mähkfutters. Wo ist denn der? Wo ist denn mein Gelber? Manchmal kommt der auch hier hinten raus, guck mal. Ach hier hinten, ja. Das ist gut, dann hab ich mehr Zeit zum runterkommen. Zwei. Sie sind wieder bei mir hier oben. Und fünf. Und sie sind dort dauernd. Ich kann die nicht abschätzen hier. Dunkel hat gepackt. Fünf, ja. Ist immer noch hier. Müssen sie da weg. Das müsste auch so wieder kommen. Achtung, Damage-Phase. Ich kann nicht reinmachen. Aber bei uns wieder noch. Ja, hinten. Da ist noch ein Servieter. Ist da unten. Ist weg. Achtung, ich mach rot rein, rot raus, gelb rein. So, rot ist raus. Malbe Zeit noch. So, Damage auf, hell, eins. Da haben wir gut. So, Damage auf, hell, drei. Achtung, Dinger gehen zu. Ist kaputt. Ja. Achtung, ich mach den gelben wieder rein. Ja, die machen wir gut rein. Gelb raus, rot rein. Ich hole. Und rot rein. Rot rein. Drinnen. Okay, und ansagen. Ja. Servieter. Okay, gib den Baff wieder rüber zu Dirty. Hell hat gepasst. Servieter ist bei uns. Okay, wo? Ah, da. Ich seh'n. Drinnen. Ja, ich muss versuch'n hinzukommen. Es sind so viele Platzer hier. Servieter ist down. Oh, oh. So, unten leuchtet's schon. Eins. Ich bin draußen safe. Moment. Eins. Boah, geil. Ich bin wieder reingekommen. Nein. Eins und fünf. Heftige Scheiße, Jungs. Servieter rechts oben. So, Damage-Phase muss jetzt kommen. Achtung, Servieter wegmachen. Ich mach' rot rein. Rot ist drin. Rot raus. Gelb rein. Rot ist raus. Gelb ist drin. Okay, und. Damage auf. Dunkel-Mitte. Dunkel-Mitte. Ist kaputt. Und dunkel-1. Okay. Kaputt. Und. Äh. Was haben wir noch? Dunkel-3. Okay. Ist auch kaputt. Scheiße, äh, geht runter runter. Okay, Achtung. Ich hau' den gelben rein. Gelb rein. Gelb raus. Rot rein. Schnell. Bevor ich sterbe. Rot, 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 rot. Ja, hier. Rot. Okay, und ansagen. Dunkel-2. Servitor rechts oben. Und 5. Okay, gib ihn rüber, gib ihn rüber. Servitor da. Habe ich. Wir müssen gucken. Okay, schnell. Komm, komm, komm. Fuck. Ich bin verreckt. Scheiße, und ich hab's nicht reingeschafft. Wir haben noch Zeit. Einerholen. Aber, ah, ich lieg oben. Okay, nice. Okay, super Sache. Weiter, 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 weiter. Wir haben nur noch eine Säule da, ne? Das ist nur noch hellmitte. Ja, hell, eins. Äh, hell, zwei ist die letzte da. Sofort in Damage-Phase gehen. Braucht kein Buff wechseln. Ich hab' den roten Buff. Eine, eine Säule muss ich noch anschießen. Welche war das? Helle Seite war? Zwei und Mitte. Zwei und Mitte, zwei und Mitte, okay. Ich hab' die Mitte hab' ich schon geschafft. 60% Zeit noch. Zwei und Mitte. Scheiße, kann ich das irgendwo sehen? Okay, ich probier's einfach. Zwei und Mitte. Okay, Damage-Phase, Achtung, ich mach' rot rein. Achso, ja, ist eigentlich egal, ne? Du brauchst nicht, Feuer frei. Ich seh' nur noch eine da. Okay, kaputt. Fertig. Das war's. Ja, ich kam wieder raus. Yay! Naja, ich weiß, Jungs. Hey, guck mal, hier bin ich. Juhu, ich komm' wieder raus. Das war ja gar nicht so schwer, eigentlich. Nö, geht eigentlich nicht. Wenn man's einmal drauf hat, macht's voll Spaß sogar. Oh, Lut, 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 Lut. Direkt die Füße bekommen, Lut, 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 Lut. Aber damit du bescheidest, Lut, ist es meins. Lut, 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 Lut. Der Rasenmäher des Todes, was ist denn das? Ah, das Scout-Gewehr. Fick dich. Alter, guck mal, wie die schießt. Voll aufgespray. Ja, die ist sehr gut, ey. Die ist aber auch. Ey. Alter, wie geil, ey. Ey, wie stabil die ist, ne? Total, ey. Wie, was ist denn das für ne Waffe? Scout-Gewehr, vollautomatisch. Aber das Visier sieht so geil aus, ey. Nee, steilfeuer, oder? Richtig heftig. Ach, vollautomatisch, ja, krass. Das ist kein, äh, für mich ist das als Kredi kein Scout, das hört sich an. Haben die beide das Scout-Gewehr, ey? Ja. Geil. Richtig, nice. Hat der auch? Die Faser hat ja richtig fett geklappt, ey.